Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Eurem Audio-Podcast für Film- und Serienkritiken, an dem auch ihr durchaus mal teilnehmen könnt. Denn wir sind eine offene Runde. Das heißt also, ihr könnt euch bei uns melden, wenn ihr Bock habt, mal eine Runde mit uns über Filme zum Beispiel zu sprechen. Wir haben die Möglichkeit, euch vorab Filme zur Verfügung zu stellen und dann haben wir im Regelfall eine ziemlich lustige, fluffige Runde unter Gleichgesinnten, die über diese Filme spricht. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal mit dabei sein. Wir beginnen diesmal mit der Besprechung eines Films namens Freaky. Der sollte jetzt eigentlich im Februar in die Kinos kommen. Das wird er wohl nicht und ich wäre nicht überrascht, wenn wir den zeitnah Video on Demand bekommen. Einen Film, den wir vorab sehen konnten. Wir hatten einen Pressescreener und in dem Fall haben Moe und Marco den Film für euch gesichtet. Viel Spaß dabei. Es folgt die Besprechung der Serie The Stand und ich glaube, das Ding basiert irgendwie auf Stephen King-Vorlagen. Kein Plan. Patrick, Paul und Sven sind es gewesen, die sich das Ding jetzt schon ein bisschen genauer anguckt haben. Auf Sky, glaube ich, laufen die ersten Folgen. Nee, Stars Play ist es. Genau, Stars Play. Und ja, das haben sich halt einfach privat angeschaut und für euch besprochen. Es folgt ein Tiberius-Film, den wir besprechen, nämlich Breeder. Breeder haben sich in dem Fall angeschaut, der Sven und die liebe Kamme. Das ist irgendwas, zu dem ich rein gar nichts sagen kann. Das Cover sieht toll aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er Synchroscheiß ist und der Film selbst ein bisschen hohl. Aber die Besprechung total gut und so. Und nun ja, vielleicht trifft das auch auf jede andere Besprechung des Hauses. Tiberius-Film zu. Ich weiß es nicht. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen bzw. auch der einen Serienbesprechung. Meldet euch, wenn ihr mal mit dabei sein wollt. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Hallo, hier ist Mo vom Telestammtisch. Bei mir ist Marco. Hallo. Und Marco und ich haben den Film Freaky gesehen. Wenn ihr das jetzt hört, dann kommt der Film raus. Und dann könnt ihr ihn irgendwo sehen. Wir wissen gerade noch nicht genau, wo. Deswegen können wir euch das gar nicht sagen. Aber was wir euch sagen können ist, worum geht es in Freaky? Ja, in Freaky macht der Blissfield-Butcher sein Umwesen. Ein hüdenhafter Killer hat es auf die Teenager dieser Kleinstadt abgesehen und metzelt ein wenig rum. Und bei seinem letzten Gemetzel fällt ihm sozusagen ein Dolch in die Hände. Und nachdem er die jugendliche Millie attackiert, wechseln beide auf mysteriöse Art und Weise die Körper. Der hüdenhafte Killer gespielt von Vince Vaughn und die Millie gespielt von Catherine Newton, die man zum Beispiel kennen kann aus der Netflix-Serie Society oder jetzt, ich glaube, Meisterdetektiv Pikachu hat sie sozusagen die Reporterin gespielt. Und ich glaube, Vince Vaughn muss man nicht wirklich großartig vorstellen. Hat einige Blödel-Rollen gemacht und zuletzt aber auch durchaus aufgefallen mit solchen härteren Sachen, wie zum Beispiel Brawl in Cellblock 99, also nicht ganz abwegig, die Rolle jetzt vielleicht. Ja, wer Vince Vaughn nicht kennt, kann dann jetzt ja abschalten. Ja, genau. Dann ist jetzt ja alles verloren, Kollegen. Catherine Newton ist tatsächlich so, ich habe mich gefragt, habe ich die jemals schon mal gesehen? Dann gucke ich. Und in ein paar Filmen habe ich die gesehen, habe ich aber nicht mehr zusammengetan, die Dots. Also war für mich neu. Sie hat in Paranormal Activity 4 mitgespielt und da hat sie ja auch den Regisseur kennengelernt. Christopher B. Landon, der hat nämlich von Teil 2 bis 4 und ich glaube noch einen Ableger, die alle gemacht und war dann sehr erfolgreich 2017 und 2019 mit Happy Death Day. Und das ist ja so auch ungefähr die Richtung, die wir hier bei Freaky haben. Das ist ein Twist auf die alte Geschichte des Freaky Friday, ist ja schon zigmal verfilmt worden. Und diesmal ist es halt quasi der Twist ist, alles ist böse und es gibt Morde, Slashereien, jede Menge. Ich überlege ja immer bei so einem Cast, worauf müssen wir aufpassen, dass wir nicht spoilern? Aber der Film ist doch wirklich so hervorsehbar. Ja, ich glaube, da tun Spoiler auch nicht wirklich weh. Also ich glaube, man weiß tatsächlich, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Der Film hat ja eine relativ junge Audience, die er anspricht. Die Slasher-Szenen sind gut, finde ich. Ich finde das ganze Ding eigentlich ganz charmant. Was mir sofort aufgefallen ist, ob wir diese Catherine da drin gehabt hätten oder nicht, hätte für mich keinen Unterschied gemacht, weil für mich ist Vince Vaughn der, der das trägt. Ja, sehe ich genauso. Ich fand sie, also ich mag sie, auch ihre Rollen vorher fand ich eigentlich ganz gut und ich fand sie immer recht charmant. Finde aber, dass sie hier tatsächlich relativ schwach ist in ihrer Rolle. Also sie ist, so wie du sagst, also sie ist ersetzbar. Also da hättest du Personen XY hinsetzen können. Die hätte das wahrscheinlich ähnlich oder genauso gut gemacht und muss ich dir recht geben. Vince Vaughn ist auf jeden Fall das Highlight, gerade wenn er, sag ich mal, jetzt die leicht gemobbte Highschool-Schülerin gibt. Und ich sag mal, es gibt ja auch noch eine Szene mit dem Schwarm und sowas. Also ist schon ganz witzig. Also Vince Vaughn legt sich hier wirklich ins Zeug und macht das meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes der Killer in diesem Film, in der seinen Freunden zeigen muss, dass er ja eigentlich jetzt dieses 17-jährige Mädchen ist und dann den Schultanz da aufführt und solche Sachen. Das ist schon funny und das ist genau das, was ihr kriegt. Also ihr erwartet hier bloß keinen harten Horror oder irgendeine tiefe Geschichte oder sowas, sondern das ist so ein Film für einen Funny Friday. Das ist eine ganz leichte Kost mit ein bisschen Blut, ein, zwei Scam-Momenten. Aber wirklich, wenn ihr irgendeinen Film in dieser Art, so wie Scream oder sowas von früher schon mal gesehen habt, da wisst ihr genau, was kommt und wann es kommt, wisst ihr leider auch. Ja, ich finde auch die Kills, sag ich mal, die fand ich sehr kreativ und auch saftig. Also es war schon teilweise recht ordentlich. Gerade zum Anfang macht der Film da klar mit seinen Kills, wie es aussieht und hält die Latte dann auch relativ hoch. Ein paar ganz gute Gags waren mit drin, aber ja, ist halt, wenn ich jetzt auch einen Kritikpunkt finden muss, ich sag mal, man hat so eine krasse Diversität, die der Film haben will irgendwie. Also wir haben halt das gemobbte Mädchen, wir haben einen jungen Mann, der, sag ich mal, seine Homosexualität sehr auslebt. Wir haben ein schwarzes Mädchen, was relativ tough ist und so. Also das stört mich tatsächlich, dass Hollywood da so ein bisschen so diese Rollen immer jetzt auch schon teilweise so nach Schema F besetzt. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie trotzdem ganz gut, so dieses Highschool-Ding. Ja, ich denke, das ist auch so, sollen sie eine Reflexion sein, der Highschool von heute. Alle Charaktere machen da eigentlich einen ganz guten Job. Kills finde ich wirklich auch gut. Was mir besonders auch gefallen hat, ist, wir sehen einmal kurz ja quasi seinen Rückzugsort, seine Höhle, sein Haus. Das ist da sehr interessant. Was da alles so rumliegt, das ist wirklich sehr interessant, was er in seiner Freizeit alles sich zusammenbaut. Und was auch sehr charmant ist, in diesem Film kriegen halt Bullis das, was sie verdienen. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen auch mal ganz charmant zu sehen. Auf einer Skala von 1 bis 5 kriegt der Film von mir tatsächlich... Ja, du, ich hatte meinen Spaß, der kriegt eine 3,5. Also für mich gibt es wirklich nicht viel dran zu meckern, weil ich habe gar nichts erwartet. Es gab keinen riesen Hype, zumindest habe ich den nicht mitbekommen. Also nichts, was es mir irgendwie madig macht. Und Vince Vaughn ist einfach top-notch. Also ich würde sogar ein Sequel sehen, wenn sie Vince Vaughn einen anderen haben. Ja. Und das ist so ein bisschen perfid. Das stimmt, ja. Du magst eigentlich den Killer, denn ich meine, ja, also Qua, der benimmt sich dann ein bisschen seltsam, weil er dieses Mädchen ja in sich hat. Aber du magst halt auch die Art, wie der geht und steht. Wohingegen sie kann dann nur verlieren. Die Catherine macht auch einen guten Job, aber wenn sie eben den Killer mimt, dann tut sie das im Grunde nur, weil sie ein bisschen schäl guckt und ein böses Grinsen aufsetzt. Und mehr Mimik ist da nicht drin. Wohingegen, wenn der, keine Ahnung, wie groß der ist, der wirkt ja riesig. Doch, der ist auch schon sehr groß. Ja, ja, der wirkt auch so. Und wenn der Zwei-Meter-Hühner da versucht, ein 17-jähriges Mädchen irgendwie zu sein und dann das erste Mal läuft, wo ich dann auch denke, ey, das ist schon funny. Doch, Vince Vaughn macht das schon einen sehr, sehr guten Job. Wo wird er denn bei dir lang? Ich habe ihn auch so 3,5, ist glaube ich von 5 eine sehr gute Einordnung. Also da bin ich auf jeden Fall auch. Ich habe die Filme von Christopher Landon eigentlich ganz gerne geguckt. Jetzt Happy Death Day oder Scouts vs. Zombies hat er auch gemacht. Ich fand die alle sehr unterhaltsam auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, jeder, der halt so mit diesem Film irgendwie seinen Spaß hat, der wird definitiv halt auch mit Freaky seinen Spaß haben. Und ja, ich möchte halt Vince Vaughn mehr in solchen Rollen tatsächlich sehen. Also der macht deutlich Lust auf mehr sowas. Ja, guck mal, dann kommt er bei uns ja ganz gut weg. Zusammenfassend würde ich nochmal sagen, wenn ihr den Film nicht seht, dann habt ihr nicht wirklich was verpasst. Aber wenn ihr gerade nichts anderes zu gucken habt oder sowas, dann wird euch dieser Film Spaß machen, wenn ihr in diese Riege wirklich reinpasst. Happy Death Day macht auch Spaß oder Babysitter Killers 1 und 2, die machen auch Spaß. Das ist alles so dieselbe Rutsche. Aus dem Bauch würde ich jetzt auch vermuten, ich denke nicht, dass wir den im Kino sehen, sondern eher auf einer Streaming-Plattform und da gehört er für mich auch hin. Ja, könnte ich auch durchaus gut mit leben. Ja, gut. Dann haben wir die Arbeit erledigt für heute. Machen wir Feierabend und sagen Tschüss nach draußen. Tschüss. An einem lauen Sommerabend, irgendwo, im Nirgendwo, drei Gestalten, eine Kreuzung, eine Entscheidung, die das Schicksal der Menschheit entscheiden könnte. In gebührendem Abstand beäugen sich die drei. Mit einem Scanner bewaffnet und in Comic-Unterhosen hätten wir Hallo Patrick. M-O-N-D, das heißt Hallo. Der zweite, in Michael Jacksons Thriller-Outfit gekleidet, hauteng versteht sich und aus Latex und vollführt gefährliche Breakdance-Moves. Hallo Paul. Hallo. Der dritte, im Einhorn-Kostüm und fuchtelt gefährlich mit einem glitzernden Feenstab herum. Hallo Sven. Hallo. Schicksal, Pandemie, Wahnsinn. Willkommen zum Tele-Stammtisch und der Besprechung zu Stephen King's The Stand. Wir durften die ersten vier Folgen oder drei, bei mir war es zumindest so, sehen und möchten euch hiermit ein kleines Vorab-Fazit liefern. Vier Folgen wurden bisher ausgestrahlt. Um was es geht, da dürfte Patrick, der nähere Kandidat, erzähl uns was. Es geht darum, dass, ich weiß jetzt nicht welches Jahr es ist, es findet auf jeden Fall eine Pandemie statt. 98 oder 99 Prozent der Weltbevölkerung werden von diesem Virus, das sie am Anfang mit der Grippe verwechseln oder mit einer stärkeren Grippe, ausgelöscht. Und die letzten Überlebenden versammeln sich an zwei Orten. Die Bösen versammeln sich in Las Vegas und die Guten in einem kleinen idyllischen Dörflein, das auch nicht genug Wasser hat. Und nach und nach kommt draus, dass sich diese beiden Parteien der großen Schlacht stellen müssen. Okay, lieber Paul, hast du noch ein paar Eckdaten für uns? Ja, wir haben es ja hier mit der Serie von 2021, ja zumindest hier in Deutschland zu tun. Die Ausstrahlung erfolgt bei uns ja über Stars Plays. Zum Beispiel bei Amazon Prime kann man sich den Stars Plays Channel dazu buchen und da dann jeden Sonntag die neue Folge von The Stand schauen. In den USA ist die schon ein bisschen draußen. Beziehungsweise die sind, glaube ich, zwei oder zwei Folgen voraus. Sprich, dort lief jetzt die sechste Folge. Wir haben heute am Aufnahmetag, habe ich zumindest und Patrick, glaube ich, auch noch die vierte Folge gesehen. Und das ist eine Serie von Josh Boone. Der Name kam mir direkt so bekannt vor und ich dachte mir, hey, was hat er denn gemacht? Ah ja, New Mutants. Geil. Ja, das war dann schon. Und ja, die prominenteste Besetzung sind wahrscheinlich einmal Whoopi Goldberg oder auch Alexander Skarsgård, James Marston. Also namhaft ist es schon durchaus besetzt. Noch viele, viele mehr, weil The Stand ist ja gerade so eine Geschichte, wo echt, echt viele Charaktere mitspielen. Genau, eine Folge geht so ungefähr immer um eine Stunde rum, 50 Minuten bis eine Stunde. Und ja, wunderbar. Gut, dann kommen wir zur ersten wichtigen Frage. Kennt ihr das Buch? Ja, sehr schön. Patrick bestimmt auch, oder? Ich glaube, ich kenne den Comic, oder? Genau, das Buch hat mich ein bisschen abgeschreckt. Da ist mir ein bisschen zu viel religiöses Gerede. Ich bin dann irgendwann auf den Comic geswitcht, nicht nur weil ich bei einer Signierstunde den Zeichner Mike Perkins gesehen habe, der mir dann in den Comic einen Randall Fleck, also den Bösen, reingezeichnet hat. Ich wusste gar nicht, dass es einen Comic gibt. Oh ja, doch, ich bin auch großer King-Fan, auch was Bücher anbelangt. Und da reicht sich schon The Stand für mich zumindest unter den Oberen mit ein. Ich kann das voll verstehen, was du gesagt hast, dieser religiöse Touch, der da schon dann, ja, sehr stark vorhanden ist. Den fand ich auch nicht immer so toll, aber ich konnte dann so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber auf jeden Fall, ja, würde ich schon sagen, dass ich die Buchvorlage mochte. Aber es ist auch schon ein bisschen her, dass ich sie gelesen habe, aber ich habe sie zumindest, was das angeht, in guter Erinnerung. Und du, Sven? Ich habe sie zweimal tatsächlich gelesen. Einmal die normale Fassung und dann die Fassung, die dann nochmal rauskam, die extended sozusagen. Sie haben ja einige Seiten, also einige Kapitel auch gestrichen, weil sie gedacht haben, es schreckt zu arg ab. Und ich habe es mir jetzt nochmal tatsächlich vorlesen lassen, als Hörbuch, was auch immer wieder Spaß macht. Oh ja, von Nathan gelesen? Ja. Boah. Ja. Traum. Ja, ja, ist wirklich. Ein Traum. Und einfach, damit ich so ein bisschen nochmal das Vergleichsmomentum habe. Holy shit, wie viel Zeit hast du? Das waren doch bestimmt wieder 60 Stunden oder so. Ja, 56. Ja, gut, ich habe es jetzt auch ein bisschen zum Einschlafen gehört und habe dann irgendwie morgens halt, wenn ich dann, wenn die Kleine halt ihr Homeoffice gemacht hat und ich habe hier den Haushalt geschmissen, habe ich es halt laufen lassen. Also ich habe mich da jetzt nicht jedes Mal irgendwo hingesetzt und habe gelauscht, sonst wird es ja aussieht wie ein Schwein. Ist jetzt auch in dieser Extended Version ja wohl das längste Buch von King, also über 1400 Seiten? So etwa, ja. Okay, da wir ja alle das Buch oder den Comic kennen, wie fandet ihr die erste Verfilmung, bevor wir gleich jetzt zur nächsten kommen? Weil ich finde, das kann man schon, sollte man schon vergleichen irgendwo. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich da jetzt gleich so drauf zu sprechen, ich werde dann auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ja, aber wie das Buch habe ich auch den, die Fernsehverfilmung war das ja glaube ich von vier teile ich und glaube ich um die sechs Stunden ging glaube ich also 94. Richtig und ein Teil ging dann jeweils so 90 Minuten. Den habe ich auch in guter Erinnerung, aber auch das ist schon eine Weile her. Aber ich konnte mich noch daran erinnern, dass er sich relativ gut ans Buch gehalten hat, zumindest was auch die Struktur und so weiter anbelangt. Ich finde mittlerweile ist er durch das Altern schon ein Kind der 90er, ist atmosphärisch, aber um es mal vielleicht ein bisschen schon vorwegzunehmen, dann doch deutlich gelungener als jetzt die 2001er Fassung und hat auch irgendwie eine deutlich bessere Struktur in der Erzählung. Gut, dann kommen wir doch direkt zur, in Anführungsstrichen, Neuverfilmung. Wollen wir nicht vielleicht doch lieber bei dem Fernsehfilm bleiben? Nee. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich mich tierisch gefreut. Ich dachte, nee, geil, der Stand, Neuverfilmung. Als ich den Cast gesehen habe, dachte ich, oh ja, das wird definitiv was werden. Und wie hat der Trailer, habt ihr euch schon angeguckt oder habt ihr den komplett schon ausgelassen? Ich meine, gut, Spoilern kann er schlecht. Trailer habe ich gesehen, die Besetzung fand ich auch vielversprechend. Gerade wenn man die Besetzung hat, denkt man, das kann ja nur geil werden. Ja, so kann man sich täuschen. Ja, ich hatte, also es hat in mir jetzt keine riesigen Erwartungen geweckt. Ah, okay. Nee, ich fand, als ich gesehen habe, so, ah ja, hier, Goldberg als Mutter Abigail, da habe ich schon innerlich. Ja, wohl doch am treffendsten ist. Ja, das stimmt. Innerlich wirklich gefeiert. Beginnen wir doch direkt. Genau, also wir können ja nochmal kurz vorweg sagen, wir reden jetzt über die ersten drei, beziehungsweise über die ersten vier. Ich weiß nicht, ob wir ganz konkrete Handlungsspoiler hier einbauen. Naja, doch ein bisschen, wir werden ein bisschen spoilern. Vielleicht auch in Bezug eben auf die Fernsehverfilmung oder auch auf das Buch, je nachdem, wie sie es anbietet. Wir werden jetzt nicht die mega krassen Dinge wie das Ende oder so vorwegnehmen. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Dadurch, dass wir eben jetzt nur die ersten drei, beziehungsweise vier Folgen gesehen haben, werden wir jetzt auch noch nicht über das Ende an sich reden können. Das soll ja anders als im Buch sein, aber dazu werden wir hier jetzt erstmal nichts sagen können. Genau. Sollen wir erstmal den Charakteren starten? Okay. Okay. Was haltet ihr von den neuen Darsteller für altgeliebte Charaktere? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als erstes, die erste Folge, ich war so, also ich habe mich vorher nicht näher damit beschäftigt, wer denn nun was spielt. Gut, bei Whoopi Goldberg konnte ich mir denken, wer sie ist. Aber ich hatte dann, bei Amazon gibt es diese praktische Funktion, dass man, wenn man kurz dann über das Bild fährt, links so eine Schauspielerliste sieht. Und ich war so dankbar für diese Liste. Weil da stand dann immer der Schauspieler und der Rollenname darunter. Und dann habe ich ja, ah, das ist er. Ja, natürlich wird man dann auch im Laufe der Handlungen, merkt man dann, ah ja, ist klar, da geht es dann in die Richtung, weil man kennt ja die Handlungsstränge. Aber gerade in der ersten Folge oder in den ersten Szenen, wo ja schon eine Menge abging und wo man auch auf die Struktur des Buches komplett scheißt, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich wenigstens, wer das hier sein soll. Ach, im Vergleich zum Buch kann man jetzt aber schon sagen, es gibt sehr viele Zeitsprünge, während das Buch oder auch die 94er-Serie, Comic auch, sich ziemlich chronologisch gehalten hat. Und hier haben wir wirklich viele Zeitsprünge, also wir überspringen fast komplett die Pandemie. Wir hören nur, ach, ja, es ist grippeähnlich. Dann haben sie es schon halb durchgestanden und 98 Prozent der Weltbevölkerung sind tot. Und gerade, dass wir diese Anfangsphase überspringen, haben wir auch nicht großartige Möglichkeit, die Charaktere kennenzulernen, sondern wir kriegen sie dahingestellt und dann sagen sie, hier, ich bin Larry Underwood. Und dann musst du das erst mal so schlucken und glauben. Ja, der Einstieg fand ich auch wirklich, ich habe die erste Folge gesehen und dachte, das ist doch jetzt echt ein Witz. Also, das zwanghaft auf Verwochen zu machen und ich glaube auch für Leute, die die erste Verfilmung nicht gesehen haben oder das Buch nicht kennen, ist es sauschwer, da irgendwie einen Zugang zu kriegen. Wenn es für uns schon so ist, dass wir sagen, Moment, jetzt muss ich aber erst nochmal nachdenken. Ah ja, okay. Das fand ich auch, also da hätten sie sich wirklich an die normale Abfolge halten sollen. Ich meine, im Buch gibt es ja auch kleine Zeitsprünge, das ist aber dann auch nur Erinnerungsfetzen an die Person. Das ist ein typisches King-Stilmittel, dass sich diese Personen dann ab und zu mal in die Vergangenheit erinnern und dann erklärt wird, wieso sie jetzt gerade an diesem Punkt sind, an dem sie jetzt gerade sind. Und hier wird aber auch dieses Stilmittel schon dermaßen überstrapaziert, ich sage nur, eine Person wird verführt und eigentlich handelt diese Person nicht so und dann kriegen wir so einen Handlungsflashback und wir erfahren, wieso er jetzt auf einmal dann doch so tickt. Du hast eben im Buch, hast du diesen wirklich den gesamten ersten Teil oder so, hast du die ganze Zeit, wie diese Seuche erstmal über die Welt kommen, dann werden die verschiedenen Charaktere vorgestellt. Natürlich kann man das mit Flashbacks verarbeiten. Da bin ich kein großer Fan von, aber man hätte das bestimmt geschickter anstellen können und nicht ein 4-Minuten-Flashback oder so oder eben, was du gerade gesagt hast, dass man, wenn was gebraucht wird, warum handelt der so oder warum handelt der nicht so, da schnell einen Flashback einstreuen, dass das erklärt oder eben nicht erklärt. Also das fand ich auch richtig, richtig schrecklich und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt nur so, vielleicht ist die erste Folge jetzt nur so chaotisch geraten, weil es eben eine Pilotfolge und man versucht so die 6, 7 Handlungsstränge erstmal zu handeln und dann versucht man da noch mit der Zeit, wird auch noch rumgesprungen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein Problem, was jetzt nur die Pilotfolge hat, vielleicht wird das, gleicht sich das dann so ein, aber ich kann sagen, bis zur 4. Folge ist das nicht wirklich besser geworden. Ja, aber gut auf die Charaktere, also Whoopi Goldberg als Abigail sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das passt, oder? Ja, klar. Der einzige Charakter, wo ich denke, ja, den haben sie zu 100% getroffen. Gut, da wir ja jetzt das Licht haben, nehmen wir uns gleich mal das Böse vor. Was haltet ihr von Skarsgut als Flagg? Ich glaube, dass auch die Macher der Serie nicht so ganz von ihm überzeugt sind. Während dieser 4 Folgen haben wir ihn gefühlt 5 bis 10 Minuten gesehen, konnte sein Bösewichtspotenzial also nicht mal ansatzweise ausschöpfen. In den Büchern ist er ja eine Urgewalt, der quasi über alles hinwegwalzt und so eine richtig unangenehme Stimmung verbreitet. Hier ist es einfach nur so ein arroganter Schönling mit so ein paar Zaubertricks, der in diesen Gewusel von anderen Bösewichten untergeht. Da ist es einfach einer von vielen Bösen, der uns aber verkauft wird als der leibhaftige Teufel. Fand ich jetzt nicht wirklich gelungen. Vielleicht werden wir noch eines Besseren belehrt. Bisher, naja. Also man verlässt sich eben, habe ich das Gefühl, komplett auf Skarsgut einfach mit seinem Charisma und lässt das alles von ihm oder auch von seinem Äußerlichen. Also es spielt überhaupt keine Rolle, was der vielleicht sonst so verkörpert, wie er sonst sich als Bösewicht verkaufen sollte. Der ist zwar präsent, aber für mich eben auch so ein x-beliebiger Sexiest Man Alive-Bösewicht oder so, der dann immer nur mal schnell seine bösen Momente hat, wenn er mal zwei Minuten im Schatten steht oder andere Personen, wenn er plötzlich wo auftaucht, wo er eigentlich nicht sein kann. Ja, unangenehm fand ich es auch nicht. Also ich habe mich darauf gefreut, dass er spielt, weil ich mag ihn. Aber bisher bleibt er deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Und er kann, und er hat ja diese, also der hat ja diese Ausstrahlung oder er kennt, also er könnte noch viel mehr oder richtig da was rausholen, aber ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja in den letzten vor, also in den nächsten Folgen. Ja, also fünf Folgen hat er noch. Denke ich auch. Ich denke auch, dass er da wahrscheinlich, also kriegt er ja bestimmt mehr, ein bisschen mehr Screamtime, hoffe ich. Kommen wir zu Harold und Fran. Dann würde ich sagen, mit Harold hat man vielleicht zumindest aus meiner Sicht noch einen Charakter, den sie relativ gut getroffen haben. Mhm. Ja. Fran haben sie auch ganz okay getroffen. Die strahlen beide das aus, was sie auch im Buch ausstrahlen. Gerade Harold hat auch dieses hinterfotzige Grinsen, das er auch eben in der Vorlage hat. Er ist so ein bisschen der Anakin Skywalker oder so ein grauer Charakter. Er hat so seine Momente, wo er kippen könnte. Und dann macht er eben doch Sachen, die den Guten helfen. Also irgendwie ist er so total auf Anerkennung aus. Und wenn er die nicht kriegt, switcht er gern mal die Seite. Bei Fran war ich aber auch, muss ich sagen, relativ enttäuscht. Für mich war sie im Buch zumindest schon immer so eine große Hauptfigur. Hier wird sie für mich irgendwie vernachlässigt. Im Buch wurde sie auch so beschrieben, dass das wirklich so eine Person ist, die du direkt magst und die so eine sympathische Aura hat, die alle für sich einnimmt. Dafür war es jetzt das. Kriegt sie irgendwie nicht hin. Ja, das finde ich. Außerdem finde ich sie auch ein bisschen zu jung, wenn sie dann neben dem Stu steht. Dann denke ich, okay, in einigen Staaten würden sie dich, glaube ich, auf einen elektrischen Stuhl schnallen. Also sie steht dann da und denkst du, okay gut, die sieht aus wie 15, 16 und erst aus wie 40. Ja, was der Darsteller ja auch ist. Ja, natürlich. Aber da habe ich gedacht, ah, da hättet ihr euch, naja, gut, wenigstens vielleicht jemand ein bisschen Älteres raussuchen können. Okay, jetzt kommen wir zu, wir machen nicht alle durch, ich wollte nur ein paar rauspicken. Ja, vielleicht kommen wir jetzt mal zu den Enttäuschungen oder zu den. Zu den beiden, wo ich gedacht habe, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dann kommen wir zu Nick und, M-O-N-D, Tom Cullen. Okay. Also bei Nick, muss ich sagen, schiebe ich gleich vorweg, gehe ich mit. Bei Tom Cullen, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so sehr. Den fand ich jetzt auch nicht, boah, das ist jetzt, wie ich mir vorgestellt habe, aber den fand ich noch okay. Ich habe da so eher noch so ein paar andere. Aber hackt ihr erst mal drauf rum? Nick wirkt halt komplett deplatziert. Also es ist ein Taubstummern, das war ja gerade das Besondere in der Vorlage mit Nick. Und, wie hieß er nochmal, haben sie halt wieder so eine Variation von Stephen Kings, von eines von Stephen Kings Lieblingsthemen bekommen, dem Losers Club. Nur, dass es hier aus einem Taubsturm besteht und einen, der dumm ist, aber trotzdem so Shining-ähnliche Fähigkeiten hat. Und das fand ich auch so super unlogisch in der Serie erklärt. Ja, er ist so dumm, da trauen uns die Bösen nicht zu, dass wir die zu denen ins Lager schicken. Ja, das ist eine geile Logik. Wenn die Bösen den fassen, was machen die mit dem und wie foltern die den? Boah, das fand ich in der Serie halt wirklich ein bisschen konfus dargestellt. Als ich das erste Mal Nick gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Also ich habe mir ihn wirklich nicht so vorgestellt. Und dann, ja, kommt mal hier dieser Kylo Ren und Captain Jack Sparrow-Mix um die Ecke, der läuft, als ob er Rasierklingen unter den Armen hat. Und für mich persönlich überhaupt nichts mit dem Nick aus der Vorlage gemein hat. Und, ja, er wird im Buch ja auch als Epigales, in Anführungsstrichen, Sprachrohr verstanden. Und, ja, das, 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 also er kam mir überhaupt nicht eingeschüchtert oder verschüchtert vor, als was er ja auch beschrieben wird. Sondern er war einfach so, ich bin zwar taubstumm, aber legt euch besser nicht mit mir an, Nick. Und das habe ich überhaupt nicht, also ich habe, das konnte ich nicht ernst nehmen. Das konnte ich wirklich nicht ernst nehmen. Das hätte auch der taubstumme Kämpfer aus einem Anime sein können, der dann in jeder Folge so seine Kampfeinlage kriegt und zeigt, dass er es doch kann. Ja, mit Ninja-Schweiter auf dem Rücken. Genau. Ne, also da, da habe ich überhaupt, also zudem habe ich Nullbezug gehabt. Vielleicht ändert es sich noch ein bisschen, das kann auch sein. Aber, ja, das gleiche Problem hatte ich mit M-U-N-D, Tom Kallen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, Leute, also, ne, ne, m-m. Das ist nicht Tom Kallen. In der Hinsicht trifft Stephen King, trifft man trotzdem wieder Stephen Kings Vorliebe für, ähm, stärkere Charaktere, die aber auch ein bisschen zurückgeblieben sind. Also, da ist das Casting dann doch eine Spur besser gelungen. Wenn auch bei weitem nicht perfekt. Ja, wie gesagt, also, mit Tom Kallen hatte ich nicht so große Probleme. Bei mir ist es noch Nadine Cross, mit der ich echt, also ich musste noch mehrmals gucken, das soll sie sein, irgendwie hat sie auch eine ganz andere Aura. Und selbst das, also das ist dann so ein kleines Detail, aber das kotzt mich dann halt an, dass sie diese, diese, diese blonden, also diese, ja, hellen Haare schon die ganze Zeit über hat. Also, ne. Aber die könnten ja noch weißer werden. Ja, ne. Ich fand das so super billig gemacht, dass da Randall Fleck ankommt und sagt, ja, eben, du wirst meine Fürstin der Fünsternis werden, aber du musst vorher diese fünf Charaktere umbringen und die direkt, okay. Das war... Ja, das macht keinen Sinn. Vielleicht kommen wir da jetzt, wenn wir über die Charaktere genug gemeckert haben, mal auf das Drehbuch oder auf die Erhandlung oder auf all das, was da noch schiefläuft, zu sprechen. Ja, ist auch der nächste Punkt. Sehr gut. Also... Okay. Als große Überschrift, was läuft schief? Ja, wahrscheinlich ist, ist, ist das Drehbuch oder so hier die, die größte Katastrophe. Keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, das ist... Wir hatten es schon genug gesagt, eigentlich, mit diesen, mit diesen Zeitsprüngen. Man muss es sich nur mal vorstellen. Einmal haben wir hier, habe ich mir rausgeschrieben. Gegenwart. Nadine wird in einer Schule gezeigt. Daraufhin folgt eine Rückblende, die Nadine in der Vergangenheit zeigt. Daraufhin folgt, ähm, wieder ein Sprung in die Gegenwart, wo Franny gezeigt wird. Da, danach kommt eine, ähm, vier Monate zurück Rückblende, wo was von Franny gezeigt wird. Danach springt man zurück in die Gegenwart zu Nick. Danach geht's, ähm, wieder fünf Monate zurück zu Nick. Und das innerhalb von, ich hab auf die Uhr geguckt, zehn Minuten. Das ist katastrophal. Also, ich find das so chaotisch. Und ich frag mich, boah, warum macht ihr das? Was, warum? Also, was soll denn das? Das ist eine gute Frage. Ja, aber diese Zeitsprünge, das, das, das treibt dich komplett, komplett aus dem Fluss. Boah. Und ich find's halt schade, ich weiß nicht, ob sie's, ob sie's, ob sie's noch bringen, aber ich hatte mich so auf, 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 äh, auf Larry Underwood im New Yorker Tunnel gefreut. Ach, das wird noch kommen. Das kommt hoffentlich noch. Aber auch Larry, aber... Ich glaub schon, das ist wirklich eine ikonische Stelle, die hat's damals in die Serie geschafft, die hat's in die Comics geschafft. Ich krieg' Flashbacks, wenn ich von dieser Tunnelszene höre. Ich hoffe, da kann sich unser Larry Underwood auch beweisen. Das ist halt so eine King-mäßige Figur. Das ist so ein Künstler auf dem falschen Faden, der sich dann irgendwie doch wieder beweisen muss. Und hier haben sie dieses Ambivalente, das er in den Vorlagen hat, nicht wirklich getroffen. Du stellst niemals in Frage, dass er irgendwie einen inneren Konflikt hat, sondern, ja komm, das ist ein durch und durch Guter. Der wird das schon irgendwie regeln. Da hast du keine Zweifel bei dem. Was mich halt auch so aufregt, ist, dass die, also durch diese Sprünge verliert halt alles, was dort passiert, an irgendeinem Gewicht. Nebenbei wird man, also auch diese Grippe im Buch, also dieses Virus, im Buch beschäftigt sich ja, genau, beschäftigt sich King ja wirklich, also fast, ich glaub, fast 100 Seiten allein mit den Auswirkungen unter der Grippe oder beschreibt Einzelschicksale. Dass man das jetzt nicht alles in der Serie zeigen kann, ist ja vollkommen okay. Aber hier verkommt das fast, ja, zu einer Nebensächlichkeit. Oder es, es nimmt so vielen Szenen oder so vielen Dialogen, ich möchte es nicht Dialoge nennen, weil die sind auch wirklich, boah. Aber es nimmt so viel die Kraft und wirklich auch Interesse. Und ich saß davor, es hat null Spannungsbogen, hab ich gefühlt. Kein Sinn für meine vernünftige Dramaturgie aufzubauen oder so. Flashbacks können richtig gut in Szene gesetzt sein. Aber hier einfach nur aneinandergereiht. Nicht mal ein besonderer Grund oder wenn, dann ein zu platter Grund, dass man jetzt eben genau da dieses Stückchen, diesen Fetzen aus der Vergangenheit braucht. Also, und vor allem, wir haben auch wirklich Szenen, die sind nicht mal so in der Vorlage gewesen. Und du fragst dich, was wollen die mir jetzt damit erzählen? Nichts gegen Eigeninterpretation. Aber gerade in diesem Gewusel an Zeitsprüngen wirkt das noch deplatzierter. Und du fragst dich, was wollt ihr mir gerade erzählen? Ich raff es nicht. Ja, ich muss sagen, es ist zum Beispiel auch so, dass ich mich am Anfang wirklich gefreut habe. Als ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich, okay. Und ich habe gelesen, ab der dritten wird es besser. Die zweite gesehen, ich weiß nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich auf die nächste Folge geier. Sondern ich habe Angst, mir die nächste Folge anzugucken. Weil ich denke, oh Gott, was macht denn jetzt kaputt? Ja, was, was, an was doktert ihr jetzt rum, wo man, wo man vielleicht einfach hätte lassen sollen? Ja, lass doch, macht es doch nicht unnötig kompliziert. Und gerade mit den neun Stunden, da kannst du alle drei Teile des Buches saugut zusammenfassen. Dieses Buch bietet sich geradezu an, das in einer Serie zu adaptieren. Das Buch ist auch episodenhaft geschrieben. Also wundert es mich, dass man da wirklich so rumgedoktert hat, das auseinandergenommen hat und daraus Frankensteins fauliges Monster zusammengeschustert hat. Ja, gut, die Probleme haben wir näher erfasst. Jetzt mal was Interessanteres. Was für eine Seite würdet ihr wählen? Eher die Party, wir lassen die Drecksau-raus-Seite. Jetzt mal abgesehen davon, dass man vor Skarsgut jetzt keine Angst hat. Oder die religiöse, wir haben uns alle lieb und Gott ist unser Hirte-Seite. Ja toll, wenn du es jetzt so ins Sinne setzt, dann ist es natürlich blöd. Ich würde zu den Guten gehen, aber nicht zu den Fanatischen. Ich würde vielleicht meine eigene Gruppe aufmachen. Deine eigene Gruppe? Mit Patrick vielleicht. Die Guten sind mir ein bisschen zu fanatisch und die Bösen sind mir gerade ein bisschen zu platt. Also es fällt mir gerade schwer, wirklich eine Seite auszuwählen. Vor allem, weil auf der Seite der Bösen, da springen dauernd Blondinen, die einen verführen wollen, um dann in der nächsten Sekunde mit der Schrotflinte um sich zu ballern. So wirklich verführerisch ist die böse Seite dann auch nicht. Also die haben viele hysterische blonde Weiber, äh, Blondinen, sorry. Okay, ich würde auf die böse Seite gehen, nur um zu sehen, was abgeht. Ich würde mich aus vielem raushalten, würde dann in so einem Hintergrund so ein bisschen ergehen und so ein bisschen sticheln und dann alles auf den Mülleimermann setzen. Haben wir jetzt eigentlich schon genug drauf rumgeknüppelt? Ich hätte noch was. Ja, schieß los. Ich habe mir bloß noch so ein paar sehr tolle Szenen hier aufgeschrieben, die für mich echte Highlights waren. Zum Beispiel, glaube ich, gleich in der ersten Folge hat Harold den Mega-Fahrradunfall, weil er über so einen winzigen kleinen Huckel fällt. Und ich denke mir, what? Okay, dann kommt es zum Beispiel zu so tollen Dialogen oder Wurzheimen, Wurzheimen, wie zum Beispiel, wenn dann dieser Junge, der nicht redet und ich weiß nicht mehr genau, wer ihn das fragt oder wer Nadine fragt. Und dann steht da eben, wäre er zur Lautäußerung fähig? Wer redet denn so? Also ich habe mir Cringe dahinter geschrieben und das jemals mit fünf Ausrufezeichen und das dreimal hintereinander. Dann auch noch ein schönes... Ich höre gleich auf, warte. Ich habe noch ein schönes Beispiel zur perfekten Exposition in dieser Serie und wo man gleich auch noch so ein bisschen Charaktertiefe und Gefühle mit reinbringt. Es ist auch Anfang der ersten Folge im Dialog mit Franny und da wird gefragt, ich schätze, du hast Erfahrungen mit Verlusten, dein Bruder und so. Da habe ich gedacht, boah, ist euch kein klemmerer Weg eingefallen, das irgendwie in die Serie einzubauen. Ja, und die Dialoge, die haben es halt echt in sich. Da kommt am Anfang einer bei einem vorbei, der eine eigene Videothek hat und dann sagt er, ja, diesen Film finde ich cool, da treiben die es im Zug. Ich weiß nicht, ob es nur, ich habe es jetzt auch nur auf Deutsch geguckt, aber ich, boah. Ja, ich wollte gerade fragen, ob ihr es euch auch mal in Englisch angeguckt habt oder in Amerikanisch, ob es da irgendwie eine andere, also eine bessere Atmosphäre gibt. Ach, und der war wirklich, oder du siehst einen der Charaktere und dann fragt er, meint ihr, The Rock lebt noch? The Rock überlebt doch eigentlich alles. Und dann hat er auf einmal eine Skyscrappers, DVD, Blu-ray in der Hand und du denkst, wie viel habt ihr dafür bekommen? Habt ihr auch etwas Gutes? Hat euch auch irgendwas vielleicht gefallen? Außer der Abspann. Nein, wenn man es aus einer Perspektive sieht, aus einer trashigen Perspektive, dann kann es Spaß machen. Sobald man es aber an der Vorlage misst, hmm, schwer. Paul. Gerade als Team-King-Fan oder als King-Fan, da ist man wirklich einiges an Trash gewöhnt. Vielleicht pendelt sich das da in einem gesunden Mittelmaß ein. Paul überlegt, gab es irgendwas, was mir gefallen hat? Hm, schon eins nicht. Bis jetzt nicht, ne. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten es ja jetzt nicht ohne Grund. Wir haben gesagt, wir gucken mal in die Serie rein und nach so circa drei oder vier Folgen machen wir dann eine Aufnahme dazu. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde es nicht weiter gucken. Das war die nächste Frage gewesen. Ja, Patrick, du? Ich werde es mir wahrscheinlich vielleicht fertig ansehen, weil der Trash-Faktor dann teilweise doch hoch ist und man sich darüber lustig machen kann. Also man kann sich mal über was anderes aufregen als über Corona. Vielleicht ist für solche Leute die Serie dann geeignet. Ja, bei mir ist es, ich bin zwiegespalten, weil ich nicht genau weiß, wenn ich es mir jetzt Folge per Folge angucke, ob ich dann irgendwann wirklich total einen Koller kriege und denke, oh, wisst ihr was, das war's. Ich würde es mir lieber am Stück angucken. Jetzt, also was weiß ich, heute zwei, drei Stunden, morgen dann zwei, drei Stunden, um es vielleicht als Ganzes aufzufassen und es vielleicht dann auch ein bisschen mehr Sinn gibt oder mehr Spaß macht. Ich weiß es nicht. Also ich werde es auf jeden Fall fertig gucken. Aber ob ich es jetzt dann Folge für Folge oder komplett als Set mir reinziehe, weiß ich noch nicht. Das Einzige, woran ich halt noch dann wirklich in Anführungszeichen interessiert wäre, ist eben, wie jetzt das Ende ausfällt. Aber das lasse ich mir dann vielleicht von euch einfach erzählen. Genau. Und wie der Müllmann ausfallen wird. Da bin ich auch nicht gesehen. Ja. Der wird von Ezra Miller gespielt. Also dem letzten DCIU-Flash. Naja. Kommen wir zur Bewertung. Wieder so ein super Casting. Sollen wir bewerten? Ja. Na klar. Bisher. Was nehmen wir? Kreuze? Raben? Mutter Abigails? Dreadlocks? Ich würde diese Smiley benutzen, das ... Ah, okay. Randall Fleck da hat, also diesen Button. Okay. Patrick, wie viel Randall Fleck? Smiley-Button? Ach. Wenn ich den Trash-Faktor berücksichtige, dann ist es nicht ganz so schlecht. Aber die Serie bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die könnte so tagesaktuell sein, gerade wegen diesem Pandemie-Thema. Und diesen guten alten Gut-Böse-Konflikt. Man hätte da wirklich so viel mehr rausholen können. Aber man hat daraus eine postapokalyptische Soap gemacht. Im negativsten Sinne, die unnötig verschachtelt ist. Also, ja. Höchstens 2,5. King-Fans können mal einen Blick riskieren wegen dem Cast. Aber sogar die Cameos. Also, wir haben J.K. Simmons, der komplett verschenkt ist. Ja. Stimmt, siehst du, so verschenkt, dass ich ihn vorhin gar nicht mehr erwähnt habe. Deswegen, ja. Höchstens 2,5, wenn es mal ein guter, geselliger Abend ist. Aber auch das kann ja aktuell nicht stattfinden. Ja. Ich gebe ein von fünf. Also, für mich hat fast nichts. Also, nee, eigentlich, wie gesagt, wenn ich jetzt hier auch noch mal meine Notizen überfliege, es steht nur Negatives da. Beziehungsweise, wenn es nichts Negatives ist, dann ist es mehr so ein, ja, Larry Underwood war okay. Und das macht für mich dann aber im Gesamtpaket auch keine sehenswerte Serie raus. Ja. Ja, ich schwanke auch zwischen 1,5 und 2. Aber ich gehe eher auf 1,5, finde auch Riesenpotenzial verschenkt. Es kann sein, dass es vielleicht besser wird. Ich hoffe es irgendwo. Deswegen werde ich auch dranbleiben. Aber die Hoffnung ist relativ klein. Ich gehe auf 2 runter. 2,5 kann ich einfach nicht vergeben. Da müsste es ein bisschen unterhaltsamer sein. Ja, die Möglichkeiten wären da. Was sie daraus gemacht haben, ist enttäuschend. Ja, wie gesagt, vielleicht gibt es es noch. Ich werde dranbleiben. Und dann ... Genau. Und im besten Fall belügen wir den Paul und sagen, das wird noch supergeil, dass er sich dann noch reinpfeift mit falscher Erwartung. Das ist eine gute Idee. Das hätte ich uns aber nicht sagen müssen. Egal, vielleicht vergisst das ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Hallo, ihr da draußen. So kann man dann schießen los. Um was geht es denn in Breeder die Zucht? Also, Mia findet eine gefesselte Frau auf dem PC ihres Mannes. Somit folgt sie ihm auch zum Geheimversteck. Aber dort wird sie selbst überwältigt und eingesperrt. Sie ist der skrupellosen Ärztin Ruben ausgeliefert, die an einer Medizin für ewige Jugend forscht. Ja, darum geht es. Klingt interessant. Klingt interessant. Ja. Wird anständig gefoltert? Oder, also im Trailer zumindest haben sie es so gezeigt. Man hat jetzt nicht viel gesehen, aber es sah schon schwer nach Käfig, Folter, Peitschen und langen Nadeln aus. Es gibt auf jeden Fall Folter-Elemente, aber natürlich nicht so extrem, wie man es sich bei Saw oder bei Hostel oder Sonstiges vorstellen könnte. Okay, der hat aber eine FSK 18, hatte die zu Recht oder ist es nur Marketing? Also, die FSK 18 würde ich schon zu Recht da hinzufügen. Das auf jeden Fall. Geht auch schon ein bisschen extrem zu, aber halt nicht so, wie man es sich als richtiger Saw-Fan vorstellen würde oder erhoffen würde. Also, man kann schon einige extreme Szenen sehen, aber halt wirklich nicht so viel, sodass es einem genug tun würde, sage ich mal so. Ewiges Leben, Biohacks, Experimente, passt ja auch wunderbar in die heutige Zeit. Nimmt es auch einen extrem hohen Platz ein oder ist die Story auch eigentlich nur dazu da, um die Akteure von einer Folterkammer in die nächste zu treiben? Die Story an sich finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, nur ich finde, die hätte man besser ausarbeiten können irgendwie. Und ja, also kann man sich meiner Meinung nach angucken, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, man hätte mehr reinpacken können irgendwie. Und meistens geht es halt darum, dass die mal da im Käfig sind und vielleicht mal da im Käfig sind. Und ja, also, ja. Okay, du hast noch erzählt, dass bei einer kurzen Vorbesprechung, dass da auch so ein paar Drama-Elemente dabei wären. Genau. Ja. Sind die eher stark ausgeprägt oder schleichen die sich halt so ein von wegen, Mensch, deine Zelle ist besser als meine oder geht es da wirklich um irgendwelche? Deine Zelle ist besser als meine. Ja, genau. Nein. Nein. Also es geht sowieso schon, wie es bei vielen Filmen so ist, um Beziehungsprobleme. Das merkt man ja auch schon daran, dass sie einfach auf den PC ihres Mannes guckt. Also Vertrauen geht es einmal darum und auch um die Ärztin. Denn der Mann ist der Obermacker der Firma, so nennen wir es mal. Ja, halt Beziehungsprobleme und dann kann sie ihm noch vertrauen, kann der Mann der Ärztin vertrauen, Vertrauen hier, Vertrauen da, ja, und sowas halt am Ende. Und dann hintergeht er ihr, sie, sie hintergeht ihm, sie, die, die Ärztin hintergeht ihm und sowas, sowas ist das. Das hört sich ja schon kompliziert an, ne, für einen Tiberius-Film. Ja, aber man kann dem sehr gut folgen. Also es ist jetzt nicht allzu kompliziert oder so. Okay, dann ist er gut. Ja, also schon Drama, Horror, Thriller. Okay. So würde ich es bezeichnen. Die Darsteller machen ihre Sache gut oder ist es ein totaler Fehlschuss? Also ich würde sagen, die Darstellerin, die Mia spielt, würde ich doch sagen, das macht sie sehr gut. Also ich habe dem immer geglaubt. Die konnten mich sehr gut überzeugen. Okay. Das ist das Argument, das man sehr selten bei Tiberius hört. Ah ja, apropos. Hast du auf die Synchronisation ein bisschen geachtet? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Hast du ihn auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Ich habe den auf Deutsch geguckt. Ist dir was bei der Synchro aufgefallen? Die Tiberius-Synchro ist meistens auch etwas seltsam. Oder hat alles gepasst? Naja gut, wie man es halt so ein bisschen kennt, passt das natürlich nicht immer. Aber ich versuche da immer ein bisschen drüber hinwegzusehen. Weil ich lerne zwar im Moment Englisch, aber leider, ich versuche die Filme halt zu genießen. Deswegen gucke ich sie auf Deutsch und dann versuche ich da immer nicht so richtig drauf zu achten. Aber man merkt es natürlich schon, dass es da mal nicht passt und da mal nicht passt. Aber es war jetzt nicht irgendwie so auffällig wie bei den amerikanischen Home-Shopping-TV-Sendern, wo sie dann noch quatschen und die Stimme aber schon längst nichts mehr sagt. Nein, nein. So schlimm ist es nicht. Also, wenn man nicht ganz penibel drauf achtet, dann fällt es nicht auf. Okay. Ja. Hast du bessere Alternativen? Ah, nee. Halt, wir kommen erst mal zur Bewertung und dann kommen wir zu den Alternativen. Okay. So. Okay. Wir nehmen, ja, komm, wir bleiben mal. 0 bis 5 Folterbänke. 0 bis 5. Was gibst du diesem Film? Also, du hast was anderes, dann nehmen wir natürlich schnell. Nee, nee, das passt schon mit den Folterbänken, würde ich sagen. Also, na ja, der Film hatte mal ein paar Passagen, da war es ein bisschen zäh, aber da gab es auch wieder Passagen. Besonders das Ende fand ich ganz interessant. Also, ich würde sagen, ich gebe dem schon, ja, 2,5. 2,5. Okay. Paul, falls du das hörst, 2,5. Nur am Rand. Okay. Gut. Hättest du bessere Alternativen in petto, wo du sagst, ach, kommt, guckt euch lieber das an, das ist altbewährt und gut an, oder? Naja, also, ich weiß jetzt nicht, ob man den Film mit so, wie soll ich sagen, mit so Blockbustern vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob das fair ist. Ja, ja, gut, aber wenn. Ich könnte natürlich sagen, guckt euch lieber das zehnte Mal Saw an, oder Hostel, oder, was könnte man noch, Matthias? Ja, gut, das könnte ich noch. Vielleicht, aber das ist ja wieder was ganz anderes, weil das ist ja so richtiges Horror, ne, also, das könnte ich gar nicht damit vergleichen, weil, da, wie gesagt, da sind ja auch so Drama, Thriller-Elemente mit drin. Also, ich würde sagen, doch, dass der Film eigen ist, also, würde ich halt auch, ich sag, wie oft habe ich jetzt würdig, würdig gesagt, also, macht nix. Kann man sich den Film ruhig mal ansehen. Okay, gut. Ja. Ja, dann wär's das auch schon. Dann hätten wir eigentlich alles abgeackert. Dann sage ich, vielen herzlichen Dank an die gute Kamme für ihren selbstlosen Einsatz an der Tiberius-Front. Und, gerne doch. Dann würde ich sagen, sagen wir zusammen Ciao, Ciao. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden von denen Sie glauben, unserer Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt's Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch, wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate-Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Applaus 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 Applaus